herzlich willkommen beim online tasting von ala frigo so hallo und herzlich willkommen bei online tasting unsere neue rubrik bei ala frigo was haben wir uns heute rein heute haben wir uns einen drambui rein das ist ein schottischer 40 prozentiger liker der sich auf über eine 100 jährige tradition bezieht dreimal den besitzer gewechselt das zeug ist ja was ist das das ist ein whisky der letztendlich mit einem honig kräuter gemisch auf 40 volumenprozent gepimpt worden ist sehr intensiven geruch der namen drambui kommt wohl aus dem gelischen und heißt so viel wie ein trank der freude bereitet 40 volumenprozent kann man natürlich auch gut mixen man nimmt zum beispiel ein scotch whisky